Hi, ich bin Piet Strobo, Trainer der Jobstools Gießen 46ers. Das ist Guillermo, unser Athletic-Coach. Er ist sehr gut und bereit für euch, dass wir ein gemeinsames Training machen. Habt ihr Lust? Müsste einfach den Jobstools-Account folgen, diesen Post liken und schreibt einfach in den Kommentaren, warum ihr so ein Training braucht. Wir wünschen dir gute Glückwunsch und wir wünschen dir, dass du mit uns trainierst. Wir wünschen dir, dass du mit uns trainierst.